herzlich willkommen der stuhl im hintergrund der zweite stuhl ja schön dass du zu einer neuen runde hand eingeschalten hast wir spielen heute mal ganz gediegen moment ich so ein bisschen stuhl jetzt muss ich wieder hochgehen so wir spielen ganz gediegen heute mal wieder eine runde schön hand ja was gibt es zu sagen und machen wir ich bin hier im layout weil ich mir noch irgendwas können will irgendwie so neue wurfmesser oder so ich wollte mal ein bisschen rum gucken so was man sich noch schönes holen kann obwohl da kommen jetzt diese anhänger und da da aber das ist alles nicht zum kaufen aber jetzt im überlegen welche ich glaube irgendwie die finde ich ganz cool ja kommen die kaufen wir uns mal warum weil wir es können so und so weiter spielen wir heute mal nicht nehmen wir legendary hunter ja komm sag auf jeden fall mal mit dem bogen gehen wir mit dem bogen mal wieder rein ja kommen wieder voll bock auf den bogen und hier nehmen wir winfield mit die winfield m 18 76 ach genau ja das ist ja no 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 mama so zack dann können wir noch mal hier den bogen schnell reinpacken kommen 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 da haben wir so unsere standard ausrüstung mit aber den neuen wurfmessern die würde ich noch reinpacken da zack und hier will ich die gefällt mir gut wir spielen wieder mal ein trio mit random partners jetzt kommen heute ist die runde der runden das ist das nicht kovatsen das ist die runde dann das ist hier d ja komm sie haben einen neuling ja also der noch neuer ist als wir geht das nein komm wir rocken das kriegen wir hin machen wir schon machen wir schon was kann ich jetzt sagen genau freut euch denn später wenn ihr jetzt das video seht wann kommt es auch drauf an aber um 19 uhr heute am heutigen tag ein stream mein erster stream sechs stunden stream hand habe ich bock drauf mega bock drauf also wie gesagt wenn dieses video online geht dann heute abend um 19 uhr wenn ihr es im nachhinein guckt ja der sechs stunden stream mit meinem ersten stream irgendwie so werde ich ihn nennen sechs stunden lang genau werde ich dann noch hochladen bzw werde ich auf youtube dann veröffentlichen werde auf ich sag jetzt einfach auf twitch werde ich dann stream und das könnt ihr dann auch bei twitch glaube ich noch mal nachschauen und soja kriegen wir schon hin wird glaube ich cool stellt mich nicht an den pranger ist mein erster stream ich habe da überhaupt noch gar keine erfahrung mit aber es gibt mal das kind schon irgendwie ja ist da was und auch mal wieder so richtig gut tun würde so eine richtig epische siegesrunde das würde uns noch richtig gut tun hier oben können welche sein und hier unten dann push ich mal ein bisschen nach rechts der butcher und scrabgeek sind höre ich doch sogar glaube ich was so weiter geht's das war ja das was ja auch meine diese zwei satteltaschen können immer zwei lindern ja mal abchecken ob da was punkt aus ist ja mittwoch wir können ja mal gucken im osu kommen irgendwie rocken wir das jetzt irgendwie schaffen wir das wir machen das heute ich kann mir doch nichts holen ich glaube ich nehme das mal wieder das bringt mir eh nichts weil ich noch nichts holen kann ich habe schon wieder die gesundheitsknopfen vergessen ach ich bin aber auch ein tipp aber ich kann sagen ich kann mich nicht ich kann mich nicht sagen ich kann mich nicht Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, alter. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Da ist ja noch einer. Oh. 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 Sooo Oh. Ich glaube es war an mich gerichtet. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Jo, Waffenöl aber. So. Da raucht es doch. Ja, ja. Das kann natürlich sein, dass das andere Team kommt. Kann natürlich wirklich sein, dass die kommen und sich das Bounty holen wollen. Ja, ja. Ja, ja. Wir spielen heute mal in Sicherheit. Macht mir nur ein bisschen Bedenken der Junge. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Der ist halt echt hart am Arsch der Welt. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ich höre doch welche, oder? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja Okay, zack Lass uns mal gehen Direkt mal raus hier, komm zack Wir haben zwar keinen feindlichen Kontakt gehabt bisher Aber egal, ich hole mir das jetzt Keine andere Art Pech, sorry also Man, ich will jetzt nichts mehr riskieren Oh Oh, da halte ich fast den Fehler wieder ganz Sehr, sehr gut Jo Komm Das wird wieder so ein knappes Ding Komm Ja Bam Endlich mal wieder eine siegreiche Runde Oh Auf letzter Sekunde, man Spannendes Ding, man Kami, wenn du dich noch dran erinnern kannst Bei uns beiden hat es ja mal nicht geklappt Da haben wir die Scheiße ja leider nicht nach Hause geholt Da war es so, glaube ich, zwei Sekunden noch Und dann sind die noch gekommen Einen konnte ich noch wegmachen Aber dann den anderen nicht Oh, schön Wir haben das Ding nach Hause gebracht Da ist doch mal seit Längerem wieder ein Sieg Zwar wenig gekämpft so Aber gut abgesichert Der andere Ja Oh, 800 Coins Jawohl Wieder mal endlich eine schöne Runde gemacht Oh Das war doch das, worauf ich jetzt so lange gewartet habe Und hier doch auch bestimmt wieder, ne Ihr habt doch euch auch wieder gedacht So, Mann, Mann, Mann Das muss doch laufen Ah, sehr schön, sehr schön, sehr schön Dann würde ich sagen Mach hier für die Folge Schluss Und wir sehen uns bei der nächsten Folge Und natürlich, ich hoffe Der Stream war ein Erfolg Oder wird ein Erfolg Ich weiß es noch nicht Ich würde sagen, wir sehen uns Bis dahin, macht's gut Ich würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge Und wir sehen uns bei der nächsten Folge